Der Mensch ist Träger eines Geistes, der nicht stirbt und der auch im tiefsten Schlafe des Menschen nie schläft, der alle Gedanken und Regungen aufzeichnet, der dem Menschen sagt, ob seine Gedanken richtig oder falsch sind, wenn er darauf zu achten gelernt hat. Dieser Geist im Menschen ist Träger des schöpferischen Reiches und er ist allen Menschen eigen. Es ist unverständlich, dass der Mensch von einem Himmel und von einem Himmelreich in sich spricht und sich nicht einfach damit begnügt, nur zu sagen, Schöpfung, Wahrheit, Wissen, Weisheit, Geist, Bewusstsein und Existenz. Das menschliche Sehnen liegt in der Freude, die bleibt, nach dem unvergänglichen Leben, dem bleibenden Frieden, dem geistigen und bewusstseinsmäßigen Reichtum, der niemals vergeht und ewig wehrt. Himmel und Erde werden vergehen, aber Wahrheit, Wissen, Weisheit und Geist werden niemals änderlich sein oder vergehen. Der Geist und das Bewusstsein halten Ausschau nach dem Vollkommenen, nach Harmonie, nach Frieden, Erkenntnis und Erkennung, nach Wissen, Weisheit, Wahrheit und Schönheit, nach Liebe und nach dem wahren Sein, die gesamthaft von absoluter Dauer sind. Sie alle zusammen ergeben das, was das geistige Königtum bildet. Sie alle sind im Schöpferischen vorhanden. Sie alle sind da in der Existenz, als Genius aller Genialität, als Melodie aller Melodien, als Können allen Könnens, als höchstes, schöpferisches Prinzip, als Wunder über alle Wunder.